Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir einen hänglichen Auftrag Woche 8. Und zwar öffnet Turn bei Tispay oder bei Wächtertürmen. Also Tispay ist hier, einmal zwei Kisten öffnen. Wächtertürmen sind auf jeden Fall die hier. Dazu habe ich auch ein Video gemacht mit Sprungfläche. Dreimal springen bei Wächtertürmen. Und einmal hier gibt es einen Wächterturm. Oder auch hier halt. Aber ich gehe zu Spy, denn zu Spy ist viel einfacher und da gibt es viele Kisten. Und hier sind ungefähr, wenn ihr Glück habt, zwei. Wenn ihr Pache habt, dann ist da nur eins. Spielt auf jeden Fall den Grumkeilen-Modus. Und ihr könnt auch ein Like lassen, meinen Kanal abonnieren und abonnieren. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. Ja Leute, hier sind wir schon in einer Runde. Ihr könnt auch meinen Crater-Code eintragen. In den Itemshop, time-pc-gamer. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Wir müssen einfach bei Wächter-Turm hier, bei Retro, mache ich das Ganze. Also ich möchte es gleich zeigen. Hier, bei Retro auf der Karte ganz genau hier. Denn da ist ein Wächter-Turm und da sind halt Kisten. Tja, wir müssen einfach mal vorher öffnen. Zack. Wir haben alle beide Kisten geöffnet. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne einen Like da. Wenn ihr gerne meinen Kanal habt, lasst ein Glocke, die keine Videos mehr verpasst. Und ich würde einfach auch sagen, es war schon ein Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.